hallo zombie sagen sie zum heutigen wettbewerb nicht so toll aus was das der arme der zombie hat noch kein tageslicht gesehen hat er mir erzählt ein stopp alt stopp jesus ein zombie reicht aber drei baue ich nicht du auf einem schlag bin unterwegs einer findet hier alles schön ich sammle einfach alles ich bin der der einfach vorrennen da ist das spiel da oben ist noch eine spinne ich habe noch ein skelett verbrennen oder sterben oder was es stirbt auf jeden fall warum sein und das ist gestorben ich bin obwohl wir doch bis bleibt einfach bitte weg da oben ist spinnen da oben sind zwei spielen ja ich habe aber rechts von mir eine gehört deswegen da und eine wiese augen die blitzen einfach irgendwo so auf das voll creepy ja hey creeper boy hallo skeleton auch noch ein skelett und wir sollten uns auch ein schild machen ach quatsch gar nicht ich weiß nicht wieder ob diese idee kommt echt jetzt habe ich creeper und spinne getriggert ja das ist super dann fallen die jetzt erstmal gegeneinander haben sie sich auch noch weiter auf agro der eine hat nur ja noch auf agro ich bin hin muss ich bin hin muss ich bin hin ich habe nur zwei herzen ich hatte das geld hat mich gerettet aber ich hatte mich vor dem anderen skelett so ein creeper wie kein eisen holt weiter wo ist ein creeper da ist creeper party und willst du mal runter gucken oh hello my friend what's going on kann ich auf dem kopf hauen von hier oben kann ich das kann ich oh junge ähm ich habe die party ausgelöst hello my friend level party sprengerin aber die auch nicht an uns wobei sich schon kommt der eine springt sich gleich in die luft leute den anderen hoch der landet da und macht uns dann fertig ein creeper selbst jetzt weiter auch ich finde darauf kommst dass er weg ist hinterlassen ja in der lieben nachricht sehr gut da unten bad und zombie ich habe kein essen mehr aber jetzt ich habe eine spinne kuscheln ich glaube wir sollten noch mal hoch gehen und essen besorgen das ist mir zu viel bringe range ich habe eine orientierung wie ein toastbrot komm mit okay ja ich glaube das was ich glaube das was ne 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 also ich bin runter gefällt ich bin runter gefällt ja aber wie gehts du hier hallo zombie schönen guten tag wie geht es ihnen ah ihr geht hoch aus der rhein zombie wo ist hier runtergefallen mann lass mich hier nein das kann doch nicht wahr sein das sieht besser aus ich blöd vor allem ist da oben fettes loch wie war das habe ich nur ausgeleuchtet das ist doch jetzt belastend hier geht es hoch bitte nicht sterben das war schon knapp ich weiß doch was ich mache ich mache hier ein schön dann hoch runter und dann hoch ich glaube wir sind schon dran vorbei das ist ein grund weswegen ich niemals minecraft alleine spielen sollte hier ist das erdloch kann man nicht hier durch achso sind wir von hier gekommen oder hier ist ach ne warte mal hier sind ah habe ich gefunden ah wunderbar ja baller das mal mit fackeln zu perfekt ich habe keine fackeln mehr ich habe alle meine restlichen fackeln in die erleuchtung des weges gesetzt war schon genau wo ging es denn ganz hoch äh die linke tür weißt du jetzt nur die so kurzartig reflexartig der reingang sagt mir so die wird es nicht sein warte mal mein gefühl sagt mir da lang lasst uns manche andere türen ich teste das noch aus hey ich glaube hier geht's hey ich weiß nicht das wirkt vertraut sehe tageslicht oh god unmöglich von hier kommen wir nicht hier brennt die welt noch nicht verdammt ich geh jetzt irgendein tier in ne kuh hauen oha ohja ja das das war die böse böse tante von bertha die wollte schon immer das die ah ok mann bleib doch stehen hüge dich da im schicksal stehen geblieben oi hier ist übrigens lava der boden ist lava auch ich pass it und dasf bringt sich